Lesen mit Elke Haldenreich Das Buch war mir zu knapp, zu wenig lyrisch. Das Ganze las ich ja irgendwie wie ein Reiseführer. Ach hoppla, das ist ja auch ein Reiseführer. Ja, kann passieren, wenn man wie ich den ganzen Tag liest. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr Fernsehen. Ach, apropos Fernsehen. Ich habe da ein wirklich lustiges Buch für Sie gelesen. Das ist Elton so gelacht. Wirklich sehr komisch. Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Dieser Roman, wo ist er denn, handelt von der Fernsehmoderatorin Elke, die so mit sich beschäftigt ist, dass sie gar nicht merkt, dass sich das ganze Team ihrer Sendung über sie lustig macht. Moment, ich habe ihn gleich. In diesem Roman über Elke fängt alles ganz harmlos an. Hier ein kleiner Streich, dort eine kleine Frotzelei. Na, ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein. Doch am Ende jubeln ihr die Kollegen sogar Bücher unter, die es gar nicht gibt und die die treu-doufe Elke trotzdem vorstellt, weil sie es einfach nicht merkt. Boah, Essig. Wer hat mir denn da Essig reingetan? Ja, war bestimmt keine Absicht. Ach hier, schönes Buch. Elke peilt gar nichts. Geschrieben von der offensichtlich adeligen Autorin Thea M. von Elke. Ich fand's lustig. So, mein nächstes Buch.